Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute haben wir seit einer Ewigkeit mal wieder vorher zusammen mit Barney Gmd gezockt. Das Video ist wirklich sehr lustig geworden, also bleibt bis zum Ende dran und viel Spaß mit dem Video. Ey, ey, guck mal, warte mal, pass mal auf. Warben, willst du Stress? Was? Ja, bist du goofy oder so? Ich hab nicht mal... Warum wurde jetzt die Spielersuche abgebrochen? Das ist doch der totale Wahnsinn. Nö. Oh, da sind welche explodiert gerade. Ingame. Ich hab auch welche hochgeschossen, aber ich wurde auch hochgeschossen. Oh, nein, nein, ich bin runtergefallen. Ich hab jemanden runtergeschossen, die selber mit runtergeschossen. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Bist du goofy? Du musst jetzt carry, du musst jetzt jemanden runterschießen, ansonsten was. Oh, Bro, bei mir ist das ein Fest runtergefallen. Ja, ja, du hast... Ja, Sechster. Nein, Bro. Oh, du bist Sechster, Bro. Ja, 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 ja. Nein, nein, nein. Warte, wir sind noch Sechster, Bro. Vielleicht schaffen wir es noch. Das wird knapp, Digga. Das ist eine Sache von Sekunden jetzt. Das ist eine Sache von Sekunden, Bro. Das könnte... Ja, wir sind weiter, Bro. 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 Digger. Digga, also. Weil der Tuga ist sogar noch runtergeflogen. Alright. Ja, das größte Comeback in der Folge ist Geschichte. Oh, ne, da fliegen jetzt wieder so Sperren auf uns drauf. Ja, das kenne ich gar nicht. Ich kenne da vorne. Da kenne ich Lust. Ey! Nein, nein. Hasse dieses Spiel, Digga. Bro, er greift mich nur unter kurz und mein Carrier denkt sich so, Bro. Oh, okay, ich bin jetzt am Arzt, du bist jetzt auch nicht gemischt halten, Bro. Stopp jetzt nicht. Sollte, dann werde ich es selber runter. Ja! Nein! Ja! Du bist... Nein! Ey, warte mal, wir sind vierter. Warte mal, wir sind vierter, Bro. Oh. Was für ein Mist, Alter. Die Mädchen wir überleben jetzt wieder. Die Mädchen wir im Leben jetzt. Ja, Digga. Du dumm. Ja! Wir sind weiter, Digga! Digga, das ist so dumm. Wir sterben jedes Mal und kommen einfach weiter. Und der hier. So ein Profi. Ja, jetzt haben wir schon fünfmal gestorben, Digga. Das ist so schlecht. Alter. Oh ja, Alter. Oh ja, oh ja. Alter, da ist man die wieder zum Abendessen, da ist ein Frühstück, Mati, gell? Zum Abendessen. Kommt da, Digga. Ich gehe wieder links, du gehst wieder. Da kommt gar nichts. Achso. Na gut, dann macht das. Ja, Digga, hast du es gesehen, Digga? Ich bin so ein Profi. Warte, der kommt nicht. Jawohl, Torjubel, Torjubel, Torjubel. Ich bin hier im Kreis drehen, let's go. Ich sehe, ich töte die einfach im Alleingang hier, guck mal. Bam, bam, bam. Digga, was für ein Schnell. Nimm du, nimm du, nimm du. Machst du. Oh, starkes Ding. Oh, los. Holst du, holst du. Oh, stark. Warte, 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 ich mach. Ja. Oh, oh, oh. Alles gesehen, Digga. Perfekt, Alter. Ich bin so hochgesprochen, dass ich... Aber ich hab den schon auch noch gesaved, oder? Die haben ganz schön zu tun, Digga. Wir führen schon 4-0, das kann die eigentlich fast lieber auch. Digga, mach zu mir, Digga, ich schmetter das Ding rüber. Nein. Haben wir gut gemacht. Hast du? Ja, jetzt ich. Und jetzt danach wieder du. Oh. Also, was machst du? Was machst du? Digga, du bist ja unmöglich. Alter, was tun sie? Ja. Alter, wir sind verrückt, wir machen so ein Mist, wir haben gewonnen. Das sind wir so geil. Das sind wir so geil. Ja, ich sehe mich gegenseitig, ich bin komplett mit dem Kopf voran, einfach gegenseitig. Der 7-0. Bro, ich glaube, wir haben es selbst mit Abstand am höchsten gewonnen von allen. Nö. 1 gegen 1. 1 gegen 1. 1 gegen 1. 1 gegen 1. Ja, Bro, jetzt kommt's. Was ist das? Was ist das? Das kenne ich nicht mal. Das ist so ein Labyrinth, da musst du halt, da musst du halt, da musst du auch wieder so die Mauern, Digga, das sind immer so Räderlust, also musst du auch so durch so Tore, Digga, und dann zum Schluss. Ah, Kräger, was hast du wieder mal einen Kräger verschluckt, oder was? Sag rechts. Es ist links. Wir müssen auch sein, Bro, damit immer, immer einer mindestens, ja, 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 komm, 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 ja, wir haben angetäuscht, und wir haben angetäuscht, ja, hier geht's lang. Auch Digga, warum bin ich so gut, wie, jawohl, du bist vorne, ne, du bist nicht mehr vorne, geil, das ist so, wie, ich bin auf dem Frosch aufrufen, jelang. Ich hab nicht einmal den richtigen Weg genommen bis jetzt. Jetzt aber, jetzt müssen wir uns beiden. Los, los, los. Furzgeräusche. Nein, warum, warum, warum gewinnen wir immer nicht, das, wie, Digga, wir sind immer zweiter. Nein, das kann nicht sein. Ey, gell, Mann, teuer ich. Ne, warum gibt's 160 Stöven in diesem Gewicht? Ach, ne, das kann ich doch schon wieder nicht. Alter, ist das geil, Junge. Das ist der Abstand, du sind Premium-Schi. Ach, ne, oh, wie, du bist schon durch? Nein, aber ich geh jetzt hier weiter. Aber ja, doch, ich bin, guck mal, ich bin fast bei dir. Ja, ich bin bis hochgekommen, bro, ich hab's endlich hingekriegt. Alter, 32 Punkte, glaube ich, sind sowas von erster oder zweiter oder so. Ja, 2 Position 1. Bro, wir sind krass. Wir sind wahnsinnig geworden. Je worden. Ich sagst du, du musst ungefähr so in die Mitte von den Dingern, musst du dich stellen. Dann fliegest du bis hoch. Äh, bro, bei mir, ich, ne, ich bin bis ganz außen, bin ich gewesen. Ach so, ja, weil jetzt hab ich mich bis ganz außen hingestellt, da bin ich aber nicht bis hochgeflogen. Das hat bei mir nur funktioniert, wenn ich mich in der Mitte. Also ich stell mich immer in die Mitte. Ich stell mich immer außen. Es ist okay. Ja, Freundschaft beendet. Was macht er denn? Der, der wird Frühstück zum Abendessen. Bro hat eine H1, aber wird niemals erster werden. Ja, bro. Ich hab eine Goofy, AHA, Bro. Das ist der Goofy, 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 Goofy. Was macht Bruder? Stark, ich hab die Idee gelohnt, dass wir erster waren. Jetzt gehen wir mal unten lang. Ah ja, ich bin hingefallen. Neiße, sch***, du. Ich glaub, es hat sich gar nicht gelohnt, dass wir einfach unten lang gegangen sind. Bro, warum können die das denn immer alles so? Das ist total unfair. Oh, aber guck mal, wir, guck mal, wir sind beide. Ja. Wir werden voll auf die Fresse bekommen, Goofy. Ich bin's weiter. Ich bin's weder geworden. Ich hab auch. Wir sind schon wieder erster. Ne, sag bloß. Digga, ist das schon wieder dein Sch***videos? Ja, wohl. Ja, wohl, ja, wohl. Das ist ein... Ach, nö, Digga. Ja, da war ich voll gut. Ich hab da jetzt ne Taktik. Bro, wir haben schon zwei Runden gespielt und es sind original so vier Leute raus. Oder so, Digga. Da krieg ich ja schon wieder. Nee, jetzt sind genau zehn Leute raus schon. Nee, tausend. Doch. Nö. Was sind das? Ich bin's grad richtig schlimm. Alter, ich bin richtig krass gerade. Richtig sch***. Das Ding fliegt wie immer auf die Fresse hier. Bro, ich bin schon wieder erster. Ich hab grad einen Lauf. Halt mal kurz Maul. Nein, das kann nicht sein. Das gibt es nicht. Ah, ich hab untergefallen. Ha, sch***e. Ha, 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 ha. Na da. Boom. Neunzehpunkte. Ja. Was macht der denn, Digga? Jürgen, what the deal? Was ist das Nachos? Und das Nachos ist Nachos. Guckst du den Nachos zu? Also ich guck den grünen zu. Ah ja, okay. Was macht der? Er ist einfach unterentwickelt, Digga, glaube ich. Oder er ist drei. Oh nein, oh nein, das können wir doch nicht. Ne, das kann man gar nicht. Na ja, geil, wir schaffen das schon. Wir sind ja zur Zeit. Ne. Zwei schlechte ist aber immer noch schlechter als zwei gute. Aber ein schlechter und ein guter ist immer noch besser als zwei schlechte. Band, geschafft hier den Irrschen haben wir direkt mal genommen. Hier, klar. Also doch, hier war doch wieder klar. Du bist ja, du bist ja richtig krass. Anders sein. Nö. Oh, bin ich schlecht, aber ah, hier. Ich bin so doof. Hallo, was machst du? Zack. Ja, ich hab auch ein, ich hab auch eingeholt. Na, nice, 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 nice. Hey, dieser schlechte Mensch. Ich hab goldenes Domi. Nein, nein, ich hab wahrscheinlich, ich hab verkackt. Ja, ich hab ihn. Boah, wichtig, ich hab doch, also, also, ich hätte noch einen Weisen jetzt gehabt, noch. Sowieso. Ja, egal. egal wie wir es geschafft der typ dem ich zuguck der hat eins von zwölf und den einen den hat er mir gespielt vorhin das kenne ich nicht wenn in der sind auch junge was sind das jetzt hier kannst du es reicht doch mal langsamer immer immer da unten auf der ebene rum rennen weil das born immer so am öftesten mir wurde alles gestielt nein ja bruder wissen wir sind die besten der besten der und wir waren die letzten vier waren wie die vorletzten waren egal wir machen es jetzt besser als vorhin ja gut dass ich so langsam war jetzt ist der typ schon wieder auf vorne der tür ist so krass warum macht der jetzt ja alles richtig war mal alles richtig machen ja es ist schon immer bei der kohle bro das frustriert mich er hat mich runter hier schubst ja jährlich digga das kannst du auch keinem erzählen was gerade passiert im letzter hey ja 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 jetzt kommt wieder hier steht direkt auf der kasche drauf trau betraut für sich traube orange pfersig ja heute ich bin aber runterflogen du musst überleben ja ja überlebiger habe ich habe ich gekämpft oder nicht okay das krieg mal easy ich bin runtergefallen bei du darfst du wohnen soll ich jetzt ja aber ich bin vorne dabei ja ich bin ganz hinten dabei jetzt leider ich werde ich wort von allen vieren überrollt von allen vier wir sind genau auf der vier du musst am rand laufen braucht nicht so in der mitte warum gibt es denn nicht mal so kurze runden man weiß ich nicht kurze runden sonst gibt es ja manchmal so runden da bist du noch drei im finale alter jetzt nehme ich ein video auf der tausend extra lange jungen der bigos da krieg ich schon wieder jetzt einmal nicht so vorlaut los hey was soll ich jetzt meine freundesliste ist aufgegangen ja bro wir fliegen raus siehst das ja ich fliegen dieses totale raus wir fliegen dieses totale raus okay wenn du reinkommst dann kommen wir nicht raus das ist mal jetzt wenn man doch nicht raus ja wir sind weiter ja was ist das drücke die leuchten das okay welche tasten leuchten ja okay die gelben die gelben hat die gelben das sind manchmal so gelbe da hier ist gelber hab ihn ich hab vier ey der dreckige dreck ja ich hab auch eine nein ich bin drüber geschwungen was mache ich denn was mache ich auch mal nicht sehen die ganze zeit welche aber das sind die ganze zeit auch andere jetzt gehe ich hier hoch weißt du und dann ist schon wieder einer ein das war es gewesen mit dem video lasst gerne ein abo da wenn es euch gefallen hat und schaut gerne beim nächsten mal vorbei leider haben wir nicht gewonnen